Zur Leitbildkategorie Verantwortungsvolle Stadt referierte Tanja Kenkmann im Alten Ratssaal über die Themen Energieverbrauch und Klimaschutz. Ja, eine verantwortungsvolle Stadt ist eine Kommune oder eine Stadt, die sich halt den Problemen, die wir haben, weltweit stellt und nicht nur den regionalen Problemen, sondern eben auch den globalen oder eben überregionalen Problemen bis hin zu globalen Problemen. Ich finde, dass Umweltschutz ein ganz wesentlicher Faktor ist für eine lebenswerte Kommune und das wird ja sicherlich, das sollte sicherlich ein Ziel des Leitbildprozesses sein. Also Lörrach soll ja eine lebenswerte Kommune sein. Dafür ist ganz einfach Umweltschutz das ein oder eben eins der wesentlichsten Kriterien. Es ist natürlich so, dass man einen Euro eben auch nur einmal ausgeben kann. Das heißt, man muss sich überlegen, stecke ich ihn beispielsweise in das Thema Mobilität, in die Kultur, in die Schulentwicklung, in Sporthallen, in Straßenunterhalt und das ist schon was, wo wir auch gemeinsam überlegen müssen, wo wollen wir als Stadt denn eigentlich hin und wo wollen wir auch unsere Gelder hin investieren. Na gut, es ist immer so, dass es leicht ist zu schimpfen und hinterher zu sagen, das funktioniert alles nicht und das Leitbild der Prozess gibt natürlich die Möglichkeit, sich zu beteiligen und zu sagen, wo wollen wir denn, dass sich die Stadt hin entwickelt, zumal wir ja in dieser Stadt leben wollen und deswegen natürlich diese Chance auch wahrnehmen sollten.